Hallo ihr Lieben, Tag 9 der Hurtig-Routenreise ist angebrochen und heute gibt es einen Ausflug, der mir ganz besonders am Herzen liegt, nämlich die Seatler-Safari. Viel Spaß! Es geht los, es geht los, es geht los. Oh nein, jetzt weiß ich gar nicht wohin. Kadeck hört sich gut an. Es regnet, das ist nicht nett. Also, Leute, ich bin jetzt voll ausgerüstet, die Kamera ist wasserdicht, ab nach vorne. Es gibt ein paar Gräser, um die Hose zu halten, um die Hose zu halten, um sie zu halten, um sie zu halten, um ihre eigenen Fische zu halten. Und dann geht's, es geht los, 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 es geht Untertitelung. BR 2018 Man spürt jetzt wirklich mal das French-O-Vision-Weather und ich habe keine Ahnung, ob man mich versteht auf diesem Video. Untertitelung. BR 2018 Man spürt jetzt wirklich mal das erste Mal. Man spürt jetzt wirklich mal das erste Mal. Man spürt jetzt wirklich mal das erste Mal. Ich komme mal hier runter, weil ich musste erstmal die Stufen finden. Die kurze kleine Aufwehrpause mit Kaffee und Tee. Tschüss. Man spürt jetzt wirklich mal das erste Mal. 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 Ihr Lieben, das war die Seeadler-Safari. Wir sind zurück ins Volver. Wir hatten zwar nicht ganz so optimales Wetter, aber nichtsdestotrotz war die Tour absolut fabelhaft. Also Leute, lasst euch nicht vom vermeintlich schlechten Wetter abhalten, das zu buchen. Wir hatten wahnsinnig viele Seeadler, trotz Regen. Wir hatten eine super Stimmung. Absolut Daumen hoch für die Tour.